Die Bezirks- und Einkaufshauptstadt des Pongaus, St. Johann, bereitet sich für den Winter und Weihnachten vor. Wir sprachen mit dem Verantwortlichen der Werbegemeinschaft EZ St. Johann, besuchten ein Sportgeschäft mit besonderem Schwerpunkt und einen Weinkeller, der für einen gemütlichen Abend wie geschaffen ist. St. Johann ist gewappnet für den großen Winter- und Weihnachtsansturm. Neben den vielfältigen Angeboten und Aktionen lockt die EZ die Werbegemeinschaft der Wirtschaftstreibenden mit einem Weihnachtsgewinnspiel. Als Hauptgewinn gibt es SPS-Checks im Wert von 10.000 Euro und zusätzlich gibt es weitere Zwischengewinne, wie zum Beispiel 53 Tagesskikarten der Alpendorf Bergbahnen, beziehungsweise auch drei Saisonkarten der Ski-AMAD. Weihnachtseinkäufe können sich oft in die Länge ziehen und die Kleinsten sollten eigentlich noch nicht dabei sein. An den fünf langen Einkaufssamstagen ab 24. November gibt es eine Kinderbetreuung, bei der die Eltern ihre Kinder ab drei Jahren zum Spielen und Basteln, da werden auch Adventgeschenke und so weiter hergestellt, abgeben können, wo die Kinder rundum betreut werden, damit die Eltern eben wie gesagt entspannt einkaufen können. Für eine bestimmte Wintersportart, nämlich dem Tourengehen, erweist sich Sport Wielandner im Untermarkt als Spezialist. Als Neuheit auf diesem Gebiet gibt es den sogenannten Rocker. Der Ski ist im Schaufelbereich stärker aufgebogen, dadurch hat er im Tiefschnee einen besseren Auftrieb. Der Ski hat aber trotzdem auch auf der harten Piste den guten Kantengriff. Auch die Stöcke haben eine besondere Eigenschaft. Natürlich gibt es für den Tourengehen auch eigene Stöcke, die dreidellig zusammenklappern sich auf ein kleines Packmaß, um somit für den Aufstieg gut verstellbar sein und für die Opfer dann auf die optimale Höhe einzustellen. Zu betonen ist der gesundheitliche Aspekt des Tourengehens, da der ganze Körper beansprucht wird. Und mit der perfekten Ausrüstung wird es zu einem Erlebnis. Und da kann man richtig vom Schuh, Bindung, Ski, vernünftige Stecken bis hin zum Top-Outfit, super materiale und total elastische, weiche, mit kleinem Packmaß. Und da findet man richtig beim Sportwielandner die richtig modischen, feschen, sportlichen Sachen. Nicht nur Sport, sondern auch Gemütlichkeit gehört zum Winter. Einen idealen Treffpunkt bietet der Weinkeller im Wellness- und Sporthotel Alpina im St. Johanna-Albendorf. Zahlreiche erlesene Weine und die hervorragende Küche sind Garanten für einen gelungenen Abend. In unserem urigen Weinkeller machen wir alle Feiern zum Erlebnis. Bis zu 15 Personen kann man da erinnern, von der Jause wirst du im Hintergrund sehen, bis zum Gourmet-Menü alles genießen. Und natürlich alles mit vielen schönen Weinen umrundet. Wir haben 300 verschiedene Weine auf der Karte. Also ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Und zu dieser großen Auswahl bietet das Alpina auch Hilfe an. Ja, in unserem Weinbuch sind alle Weine aufgelistet. Eben 300 verschiedene Positionen mit Jahrgängen und alles, was da drinnen ist, das ist auch im Haus. Doch der Weinkeller ist nicht nur für Hotelgäste. Es ist offen für jeden auf Reservierung. Wir haben kleine Feiern herinnen, bis 15 Leute, wo es von der Gegend kommen. Wenn man Hausgäste essen, oft herinnen, einmal in der Woche mache ich mit der Hausgäste eine Weindegustation mit Käse nach dem Abendessen. Also da haben wir alle Möglichkeiten darin. Ob man sich nun sportlich betätigen oder gemütlich beisammensitzen möchte, in St. Johann im Pongau finden Sie beides. Also da haben wir alle Möglichkeiten, in St. Johann im Pongau finden Sie beides.